So, Folge 36 ist dran. Wir machen weiter. Scan for activity. X-Hot Operation. 44. Oh, oh, übertreibt es nicht. Oh, oh, oh. Cotter Situation Room. Cotter Operation. Au. Wow, das ist ein sehr schlechtes Timing. Mhm, das ist wirklich ein sehr schlechtes Timing. Oh, shit. Kann ich den Max Trooper da hinschicken? Nee. Ah, nee. Ich glaube, die werde ich mal nicht wahrnehmen. Die Panik haben sie eh schon verursacht. Das ist mir in dem Fall egal. Kontakt, detectiert. So. So. Das ist ein Squad, der hat quasi noch keine großen Fähigkeiten. Ich bräuchte eine Eloi-Kannon. Build-Buy-Items. Da ist er. 162. Kriegt das irgendwo her? Komplete Transaction. So, Engineering. Build-Buy-Items. Die Eloi-Kannheit, ich kann eine Fracture. Auf der Landing-Side sind Skyrangers. Und dann kriegt meine Major-Eyed-Unit-Load-Out. Kriegt die fette Kanone in die Hand. Ich hoffe, das schaffe ich jetzt. Es ist schon ein Herberverlust, ein Major zu verlieren. Wir haben eine Vision auf der Mission-Site. Wir gehen in Süd-Afrika für diesen. Und wir müssen da unten schnell gehen. Das ist die Mission. Das ist wie so ein Riesending. Oh, fuck. Ich mach mich. Ich mach mich. Sooo... Erstmal ein Stück mit vor. Das ist der Light Plasma Rifle. Das Problem ist, mit der überhaupt irgendwelche Schüsse hinzukriegen oder du killst, ist jetzt nicht ganz so einfach. Obwohl sie die fettste Waffe von allen hat. Da ich auch keinen Sniper mit Squatzeit dabei brauche ich auch nicht ewig weit vorrennen. Das ist einmal fucked. 44 auf diese Entfernung. Oh der ist auf Overwatch gewesen. Ich bin ein Volltrottel hoch 10 ey. Oh Mann! Begebe mich auf Position. Da komm ich nicht mal ran. Sehr gut. Und du dashst halt sofort. Ist das doof. Ich muss wohl dashen. Das ist so viel Schaden, Wahnsinn. Mach 3. Das Problem ist, wenn ich keine Deckung mehr hab, ist es echt ekelhaft. Wenn ich jetzt darüber gehe, könnte ich da noch irgendwas aufdecken. Ich kann bloß hoffen, dass ich jetzt da oben nichts aufdecke. Oh, schade. Schade. What the heck? Weg. Irgendwie das Schild probiert verdammt viel Schaden. Ich brauche, Enkel. Komm schon, mach's bitte weg. Dankeschön. Ich bin auf meinem Weg. Re-Supply completed. Ich bin auf meinem Weg. Ich fisch ab. Ich fisch ab. 50%. Ein. AP. Da drüben mit dem Elte. Ich förder. Boah, na, das ist doch jetzt noch... Das ist doch ein Bullshit. 40% hier, macht diesen blöden Mist weg. Haaa, damit ist eh vorbei. Räuchte auch nie weiter in die Richtung, Loren. Er war ein bisschen falsch gelaufen am Anfang. Ich weiß nicht, was sowas soll. In Bewegung! Oh, ich weiß nicht, was ich da oben nicht sehen kann. Das ist einfach nur Quatsch. Ich weiß nicht, was sowas soll. In Bewegung! Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. hmmm go 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 jetzt hört sich das Cyberdisk an und es ist wieder hier zurück Cyberdisk mit hier geraden Unternehmen Reconfiguring target Was ist das, um die Promotion? 80% perfekt und wir zurück. Der läuft gerade nur hin und her. Man kassiert dafür ganz schön viel Träscher. Position bestätigt. Stell dich nicht so an. Geh wieder raus. Oh, da ist das Vieh. Das kommt schon mal wieder. So. Also hier ein bisschen zusammenziehen. Wieder oben lang. So. So. Ich weiß nicht, ob man ein bisschen still ist, aber ich weiß gar nicht, was ich so viel sagen soll. Genau, einer trifft. Yay. Okay. So. Lightning Reflexes. Es geht vorbei. 100%. Neh mich. Das rumst. Offensichtlicherweise. Kann ich mir noch einen davon töten. Das rumst du. So. Also. Oh, ich weiß nicht. Also. Ich bin nicht so wahnsinnig scharf, dass ich da jetzt meinen Support packe. Na, wo geht der hin? Hä? Jetzt schießt ihr auf jemanden, den man nicht mehr sieht? Geht so vorbei, so ich das sehe, oder? Ja, da ist er vorbeigeschoppen. Oh, der ist auf Overwatch. Immer wieder. Au. Yay, ein Schaden. Hä? Hä? Ich würde gerne nochmal laufen, dankeschön. Hm, 40% ist ein bisschen knapp, ehrlich gesagt. ...double time. Oh, watch. Oh, das andere melde. Mal sehen. Nein! Oh, fuck it. Was habe ich denn jetzt für ein Pech? Ich habe überhaupt nie gedacht, dass ich hier in dem Bereich noch was... Oh, nö. Oh, nö. Heilen, mal bitte. Oh, nö. Oh, das ist einer weg da. Hey, das nervt gerade. Ich verkack's gerade richtig heute. Hä? So geht's auch. Oh, das stimmt mir jetzt gar nicht. Das ist auf Overwatch hier unten. Das ist mir relativ wusst, muss ich sagen. Oh, nö. Ich kenne Robins einiges weg. Na, treffe ich? Ja, ich treffe. Oh, nö. Oh, nö. Ich treffe jetzt nicht ganz. Ne, ich treff's nicht. Oh, das war die falsche. Das war definitiv die falsche. Geht man da hin? Und da ist's. Oh, das geht nicht. Aus Verhundung. Oh, der Land hat nicht. Schade. Es war einfach lustig. Dann ladest du nach und du... Du hast keinen Platz mehr, für dich irgendwo hin zu legen. Das war ja auch einfach auf Overwatch. Ich habe irgendwie nur halben Schaden, wenn es auf das Schild geht. Krieg ich mir wieder ein Schild? Nein, herrlich. Ich muss dem Typen mit dem Schild mal eine Granate um die Ohren werfen. Welcher der Typen hat eine Granate? Nö, hat eine Granate. So. Ja, viel Spaß damit. Die ist ja eine tolle Sniper Tussi. Ich mach mich los. Sie versuchen zurückzuziehen. Sie versuchen zurückzuziehen. Sie versuchen zurückzuziehen. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. So. Bringt sie zur Strecke. Bringt sie zur Strecke. Vielleicht auch noch von das Leben und so. Sollte ich es nicht so kritisch haben, wenn ich da dort hingehe. 88. 40. Ja, das war mir klar, dass er jetzt keine Munition mehr hat. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Woll! Woll! Almost out of ammo! Almost out of ammo! In Bewegung! Hm, zumindest hab ich das irgendwie geregelt gekriegt. Wohne dass jemand großartig drauf gegangen ist. Ich könnte hier hinten hoch gehen, aber jetzt komm ich irgendwo wieder runter. Nur auf der anderen Seite. Hab ich nie so viel davon. Muss da wieder rein. Und nach da. Das gleiche gilt für dich. Alle mal nachladen, würde ich sagen. Jetzt könnt ihr nochmal so einen schönen Showdown geben, wie letztens mit den drei Mind Control Typen. Ja. Verstanden! Los geht's! Deswegen gehen wir wahrscheinlich hier rüber am besten, dass er da hin gucken kann. Ja. Okay. Ich fisch ab! Auf den Weg! Kann ich hier noch heilen? Nein. Nein. Kann ich nicht. Schade. Hm. Ist doch irgendwie unnütz, hab ich das Gefühl. Was ist das? So, du heilst erstmal den Typen. Ich fisch nicht immer schön davor. Vielleicht geht die hier mal rüber und geht auch mal vorwärts. Ich weiß nicht, wo ich den so richtig hin haben will. Wahrscheinlich irgendwo hier auf die Seite mit. Nur für den Fall, dass irgendwas rauskommt, dass ich dann eher raushandel. Ja, das wird hier sein, das letzte. Tadaaa! Und wir haben es gleich wie das letzte Mal schon. Was ist das? Problem ist, ich muss die hier rumziehen. Sonst mache ich mich dieser selbst kaputt, wenn ich hier... ...granate benutze. Ah. Ah. Fisch das mal weg, wenn ich sage mal. Oh. Oh. So... Wir sind alle weg. Gucken, ob die noch einen Kill kriegen kann. Oh, man kriegt's sogar. Perfekt. 15 Schaden, ey, das ist so übel. Ich meine, da kommt ein Psy-Dawurst, der kann das ZWEIMAL aushauen in einer Runde. Majo, what the fucks? Overdrive, firing the max primary weapon as the first action no longer ends the turn. Achso, okay. Sprich, der darf noch mal schießen, ey, Quetscher darf noch mal was machen, wenn er als erstes schießt. Majo, reduce your normal damage taken by two, if in cover and not flanked. Okay. Continue. Ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Dankeschön und bis bald wieder mal. Ich bin's. Okay.